Willkommen zu einer kleinen Lesestunde im FCS-Blog. Ihr kennt das ja, dass ich euch Bücher vorstelle, die ich sehr empfehlenswert finde. Und nichts anderes ist mit diesem Buch der Fall, dass ich euch gleich vorstelle. Aber es kommt noch was hinzu. Es passt nämlich sehr gut zu einer sehr aktuellen Diskussion. Nämlich die Diskussion, die ich auch schon häufiger im FCS-Blog hatte. Wie viel Politik ist im Sport erlaubt? Und ich bekomme da häufiger den Vorwurf, wenn ich mich zum Thema äußere, das ist doch gratis Mut. Das ist doch so fern von dem, worum es wirklich im Sport geht. Das sind doch Themen und Interessen, die da gar nichts verloren haben und wo einfach Leute reinkommen wollen und uns, den Fußballfans, etwas wegnehmen wollen. Und ich möchte euch ein Buch vorstellen, das auch gerade vor dieser Diskussion, die ja jetzt aktuell wieder geführt wird im Zuge der Europameisterschaft. Da geht es um die Regenbogenflagge am Münchner Stadion. Und ich habe jetzt ein Buch, was gerade zu dieser Diskussion sehr gut passt. Auch zu dieser Diskussion, die es da gibt um das Münchner Stadion. Und die Frage, soll man das beim Ungarnspiel denn in den Regenbogenflaggen der LGBTQI-Community anstrahlen lassen? Ich sehe es schon kommen, dass solche Argumente auch wieder unter diesem Video erscheinen. Hört einfach mal zu und lernt so ein bisschen daraus, dass es eben nicht ganz komplett fremde Interessen sind. Und das mit dieser Person, die vielleicht die Älteren von euch kennen, Erwin Kostedde. Ich habe hier das Buch aus dem Verlag Die Werkstatt. Erwin Kostedde, Deutschlands erster schwarzer Nationalspieler, geschrieben von Alexander Heflick. Und für die Jüngeren zum Kontext, die kennen jetzt nicht unbedingt den Namen Erwin Kostedde und die kennen jetzt vielleicht auch nicht alle Nationalspieler aus den 70ern. Kurz zur Biografie, der ist in der Nachkriegszeit geboren im Münsterland. Seinen Vater hat er nie kennengelernt, Erwin Kostedde. Und zwar vermutlich ein amerikanischer GI, der nach dem Kriegsende in Deutschland stationiert war. Er hat vergeblich nach seinem Vater gesucht. Das ist auch wieder ein Element, das häufiger im Buch vorkommt, diese Suche nach so einer Rolle im eigenen Leben. Er wird dann in Münster zum Fußballer, wechselt über mehrere Vereine zu Preußen, wird dann da entdeckt für den höherklassigen Fußball. Bei den Kickers Offenbach spielt er sich in die Herzen der Fans, wechselt dann nach Belgien, kommt zurück nach Deutschland, wechselt wieder ins Ausland und verlebt dann ein relativ erfolgreiches Karriereende noch bei Werder Bremen und Osnabrück. Ist dann aber nach Karriereende sehr verarmt, leidet auch schon vorher die ganze Zeit unter seinem Alkoholismus. Und er wird dann im Alter auch eines Raubüberfalls verdächtigt, den er selbst nie begangen hat. Der Sportchef der Westfälischen Nachrichten, Alexander Heflick, der hat über fünf Jahre immer wieder gesprochen mit Erwin Kostedde, der jetzt kürzlich 75 Jahre alt wurde und hat da ein sehr einfühlsames, sehr sensibles Buch geschrieben. Und das Gute ist, es ist eigentlich erst mal ein Buch über einen typischen Fußballer dieser Zeit. Einer, der den Sport versteht wie kein Zweiter, der aber vom Geschäft, dass dieser Sport längst in den 70ern geworden ist, überhaupt nichts versteht. Der es nicht schafft, aus den vielen Gehältern und Honoraren, die er immer wieder kriegt in seiner aktiven Zeit, sich etwas für die Zeit nach der Karriere aufzubauen. Der auch geprägt von diesem unsteten Leben, von dieser Frage nach der eigenen Herkunft, was ja auch eine Frage nach der eigenen Identität ist, immer wieder abschlittert in Probleme. Der auch einfach ein sehr sensibler Mensch ist, der seine große Chance kriegt und vergibt beim Länderspiel Deutschland-England. Man muss dazu sagen, Jupp Derwal, der ja auch mal Trainer in Saarbrücken war, hat ihm eine Chance gegeben, als er Helmut Schön vertreten durfte als Bundestrainer. Und dann wurde er schon vor dem Stadion von den eigenen Fans beschimpft, muss man hinzusagen. Das ist jetzt wieder der Punkt, wo wir darüber reden müssen, Sport und Politik. Es geht immer um die Frage der Eingrenzung und Ausgrenzung. Wenn wir jetzt einen Nationalspieler haben, der sieht aber gar nicht so aus, wie wir es gewohnt sind. So ich als Weißer, wir als Teil einer Mehrheitsgesellschaft, wie nehmen wir den an? Und es macht was mit einem Menschen, wenn wir einfach in unserer kleinen, engstündigen Welt definieren, ein Schwarzer, der kann doch gar kein deutscher Nationalspieler sein. Das ist aber passiert in den 70ern. Das ist für uns heute selbstverständlich, dass jeder, der Deutscher ist, auch anders aussehen kann. Dass Aussehen nicht eine Herkunft, nicht eine Geschichte definiert zu 100 Prozent. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man das wegdefinieren sollte. Es ist natürlich sehr wichtig, was die Wurzeln von jedem Menschen sind, aber für ihn persönlich. Nur wir dürfen uns nicht dann als Mehrheitsgesellschaft das Recht rausnehmen, jemanden deswegen zu diskriminieren oder schlechter zu machen. Genau wie wir das Recht nicht haben mit der sexuellen Orientierung von Sportlerinnen und Sportlern. Und das Buch hier schafft es wirklich, uns zu vermitteln, wie häufig er einfach besser sein muss als weiße Mitspieler. Das ist nämlich so ein wiederkehrendes Motiv. Er ist immer der Exot, im positiven wie im negativen Sinne. Da kommt der Erwartungsdruck, er ist der deutsche Pelé, weil er eben schwarz ist. Genauso ist er dann aber auch der Kohleneimer, der nicht trifft, bei Borussia Dortmund. Worte verletzen Menschen. Es macht was aus, wenn das die eigenen Fans sind. Und es macht was aus, wenn das die eigenen Mitschüler sind, die nicht in der gleichen Mannschaft spielen wollen, weil die Eltern vielleicht sagen, aber mein Kind spielt doch nicht mit einem Schwarzen. Der Satz, der ist sogar auf dem Buchdeckel, ganz eindrucksvoll. Da erzählt er aus seiner Schulzeit, wie das schon da losgegangen ist. Da sagt Erwin Kostelle, die haben mir gesagt, du musst dich mehr waschen, eine Stunde lang mit Kernseife. Aber ich wurde nicht heller. Einfach mal sacken lassen. Und für alle, die diese Diskussion wieder mit mir anfangen wollen, darf Sport politisch sein, sind das fremde Interessen, die da sich einfach auf was draufsetzen. Nein, es sind die Interessen von den Leuten, die mit uns den Sport treiben, von den Leuten, die mit uns in der Kurve stehen, von uns allen. Am besten beschrieben hat es auch gegen Ende des Buchs der Autor selbst, Alexander Heflick. Das ist ja eine schwere Biografie von Kostelle. Das liest sich wie ein Roman. Das ist teilweise unglaublich, was ihm widerfahren ist. Und am Ende des Buchs, da schreibt Heflick, Erwin Kostelle hat nicht unser Mitleid verdient, er hat unseren Respekt verdient. Und darum geht es. Wenn die UEFA auf ihren Trikots dieses Wörtchen schreibt, Respekt auf Englisch, und die Nationalmannschaften damit ins Stadion schickt, dann ist das Politik. Dann sollte das aber auch verbindlich sein. Dann sollte das für alle gelten. Egal, woher sie kommen, egal, wen sie lieben. Guckt euch vielleicht auch die Doku an, die kürzlich rausgekommen ist. Die gibt es in der ZDF-Mediathek. Schwarze Adler über die Schwarzen in der deutschen Nationalmannschaft. Auch sehr zu empfehlen. Da kommt auch Erwin Kostelle drin vor oder liest dieses Buch aus dem Verlag Die Werkstatt. Dann wird einem klar, Politik ist nichts, was ein Fremdkörper im Sport ist. Die meisten Dinge, die mit Sport zu tun haben, haben auch mit uns selbst zu tun. Und damit ist es automatisch auch wichtig, dass man sich mit dem Thema beschäftigt und da auch eine klare Haltung zu findet. Und meine Haltung dazu ist, dass Sport nicht ausgrenzen darf. Denn im Sport entscheidet immer noch die Leistung natürlich auf dem Platz, wer gewinnt und wer verliert. Aber alles andere entscheidet nicht, ob jemand mitmachen darf oder nicht. Die Infos zu diesem Buch findet ihr natürlich alle in der Videobeschreibung. Wir sehen uns im nächsten Video mal wieder. und da wird es auch wieder so meinungsfreudig zugehen wie jetzt.